Herzlich Willkommen zu einem ersten Jahresvorblick 2023. Wie wird das neue Jahr? Ich werde das in mehrere Videos aufgliedern. Und ich möchte gleich zu Beginn mal sagen, ich rede hier über mondane Transite, das heißt mondane weltliche Frequenzen. Wenn du Wider, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fisch bist, dann kannst du individuell schauen, was dir das Jahr bringt. Jetzt zum Vorzugspreis um 25 Euro mache ich dir eine Jahresvorschau. Die kannst du bestellen. Der Link ist einfach unten in der Beschreibung. Aber um 25 Euro kannst du dein individuelles Horoskop, das wirklich auf dich passt und auf deine Auslösungen passt, bei mir bestellen, denn alle anderen so globalen Vorschauen finde ich ein bisschen grob gefasst, sagen wir es mal so. Also ich beschäftige mich bei meiner Jahresvorschau auf die Auslösungen, auf die Transite, welche Planeten wechseln Häuser und was bedeutet das. Also das mal vorneweg. Und wir stürzen uns direkt mal rein. Wir haben ja nach der alten Astrologie ein Marsjahr, also das heißt ein energiegeladenes Jahr, ein Jahr voller Neubeginn und Potenziale und von Kraft ist das getragen. Das Jahr startet übrigens auch mit Jupiter im Witter, das heißt der vergrößert noch einmal diese Energie, der vergrößert noch einmal so diese Dynamik und die Möglichkeiten da auch tätig zu werden. Wir werden jetzt dann auch gleich den Jupiter weiter verfolgen. Ich möchte aber auf einen alten Bekannten hinweisen dieses Jahr und das ist der Uranus im Stier. Und du wirst es schon gehört haben, wenn du bei mir Videos geschaut hast, Uranus bleibt natürlich auch 2,23 im Stier. Das ist die Revolution, der Wandel, das Gleichmachen Wollende im Bereich des Besitzes, des Körpers, des Hab und Guts, der Grenzen, des Beschaulichen. Also so dieses extrovertierte, revolutionäre Prinzip ist ja im Stier. Im Stier ist auch das Volk, ist quasi der Wert und damit auch das, was du besitzt. Und interessant bei dieser Uranus-Stier-Konstellation ist, dass der Jupiter mit März in das Stierzeichen reingeht. Das heißt, zu diesem Revolutionär, diesem Umbrüchler Uranus, kommt jetzt der Jupiter dazu, im Stierzeichen rein. Das ist so mit Anfang März herum. Und das Interessante ist, wenn der Jupiter da jetzt in den Stier kommt, könnte man sagen, naja gut, das ist ja eigentlich was Schönes, das ist, was Positives. Jupiter macht etwas besser, der macht etwas optimistischer, da wird etwas mehr. Aber auch das mehr kann ja auch bedeuten, dass es eben gerade die wirtschaftlichen Änderungen, die Änderungen im Geldwert noch schneller, also noch mehr beschleunigt. Was für mich darauf auch noch hindeutet, neben jetzt diesem Uranus im Stier, ist natürlich, dass dieser Jupiter, wenn der jetzt kommt, also Jupiter ist ja der Schützeplanet, also dieser Glücksplanet, wenn der da jetzt kommt, aufgeladen wird vom Pluto. Also da gibt es ein Pluto-Quadrat, Jupiter, wenn die ziemlich an den Spitzen stehen, der Pluto im Wassermann und der Jupiter im Stier. Und das heißt für mich schon so, dass man diesen Glücksboten, dieses Glückszeichen ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte. Also nicht jetzt gleich zu euphorisch sein und sagen, hurra, alles ist vorbei, die Krise ist vorbei. Also das sehe ich nicht so. Und auch wenn man sagt, okay, da kann sehr schnell etwas sehr positiv aufgehen, wirtschaftlich gesehen, also mit Jupiter, mit dieser aufgeladenen Energie, ist trotzdem zu bedenken, dass der größte Spannungsaspekt im kommenden Jahr an der Spitze dieses Stierhauses sich abspielt, nämlich Jupiter-Pluto-Quadrat. Und Pluto ist ja die Macht, ist ja die Kontrolle, ist ja auch so ein bisschen dieser Stirb- und Werdeprozess. Das heißt, das kann auch ein guter Stirb- und Werdeprozess, kann da im Frühjahr 2023 im Bereich Finanzen durchaus in Gang gesetzt werden. Es kann allerdings auch sein, dass man sagt, okay, gerade da entwickelt sich die Wirtschaft, man entwickelt ein kleinere Wirtschaftsgruppierungen, vielleicht die da erstarken und die dann auch zum Wohl aller auch tätig werden. Also, dass man sagt, ja, Moment, ich habe Kraft, ich bin Unternehmer, ich habe ein Potenzial und ich schaue, dass ich Unternehmen führe, die auch für alle etwas bieten sollen. Und für dieses alle etwas bieten, meine ich jetzt jenseits von irgendwelchen Diversity-Propaganda-Geschichten, die sich ein Unternehmen draufklatscht und sagt, hurra, wir tanzen unter dem Regenbogen, sondern da meine ich wirklich eine Gleichberechtigung, eine Fairness, sowohl von den Mitarbeitern her als auch von den Kunden her, dass man sagt, okay, ich stehe zu meinen Produkten und es hat jeder was davon. Also, das wäre da durchaus denkbar. Und es wird auf jeden Fall wirtschaftlich meines Erachtens nach ein sehr bewegtes Jahr. Es kann sehr hoch nach oben gehen, aber es wird sich auch einiges wandeln. Und gerade diese Anfangsgeschichte da im März, wo so dieser Jupiter, Pluto, wo die ein Quadrat haben, da solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein. Da ist auch Vorsicht geboten, wenn man glaubt, jetzt habe ich die großartige Chance, um in irgendetwas zu investieren. Da würde ich auch ein bisschen aufpassen, zum Beispiel mit so Kryptowährungen, solchen Spekulationen. weil da durchaus ein Krisenpotenzial gegeben ist. Das wäre eigentlich einmal so ein wichtiger, ein wesentlicher Bestandteil. Also Uranus bleibt im Stier, das heißt, der Wandel der Werte, die Revolution bleibt bestehen und wird durch Jupiter, der jetzt dann ab März, bis März ist er noch im Widerzeichen, das heißt, da haben wir noch mal positive Energie, Neuanfang, Kraft, also das ist so die Lebensenergie gut aspektiert und der wandert dann eben im März so in den Stier rein und bleibt dort im Stier, das heißt, es wird dort noch einmal alles angefacht, das wird alles noch einmal vergrößert und da werden wir dann schauen, wie sich das dann letzten Endes auswirkt. Auf jeden Fall wird da nicht so schnell eine Ruhe einkehren auf dem wirtschaftlichen Markt und da werden wir auch beobachten, was sich da so alles tut. Wenn wir bei Jupiter im Wider sind, ist das natürlich auch noch einmal für diese Expansion und Wider Mars ist ja auch so das Kriegsprinzip, ist das natürlich auch so ein Zeichen, dass so kriegerische Auseinandersetzungen eher befeuert werden, als dass sich die so schnell beilegen lassen. Also das ist jetzt nicht unbedingt die großartige Friedenszeit. Vielleicht findet man auch mit Jupiter, wenn der dann in den Stier reingeht, gewisse Grenzen oder neutrale Zonen, vielleicht wird da auch was gegründet dann oder wird da auch etwas ausgehandelt in diesem Jupiter-Pluto-Quadrat im Stier, das kann ich mir auch vorstellen, dass das dann möglich ist. Du siehst also, das nächste Jahr auf der wirtschaftlichen Ebene ist auf jeden Fall eine spannende Sache und es wird bewegt bleiben. Es wird auch wenig Ruhe oder wenig Sicherheit geben. Ich glaube, dass es auf der einen Seite ganz hohe Erfolge geben kann und die, denke ich, sind dann dadurch getragen, dass man dann selber auch in die eigene Kontrolle, in die eigene Selbstbestimmung kommt, was die Finanzen angeht. Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass etwas fix ist oder dass etwas immer bleibt, so Besitzung diese Geschichten. Da kann es schon sein, dass da ein großer Wandel auch noch stattfindet nächstes Jahr. Ich würde auf jeden Fall aufpassen, eben wie gesagt, mit jeglichen digitalen Währungen, solchen Spekulationen, da ein bisschen vorsichtig sein, aus dem Bauch heraus bei mir und auf jeden Fall im Frühjahr nicht glauben, da ist jetzt auf einmal die große Chance auf der Straße. Also da würde ich unbedingt aufpassen. Das wäre jetzt mal so der erste Teil der Jahresvorschau 2023. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich über einen Daumen hoch, teile das Video und wie immer habt, bitte keine Angst, sei nicht verunsichert, die Welt dreht sich weiter, wie auch immer. Auch wenn wir in einem Jahr der Veränderungen beziehungsweise wo sich die Veränderungen auch noch mehr zeigen, noch mehr manifestieren, wo vielleicht manches schon vorbereitet wird, was wir noch nicht so sehen, was da im Laufen ist, bin ich doch der Meinung, wir haben eine gute Lebensenergie, die ist sehr gut aspektiert, gerade am Jahresstart, Jahresbeginn und auf das, denke ich, können wir uns auch verlassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du eine persönliche Horoskopanalyse möchtest, eine Jahresanalyse oder deine Lebensthemen astrologisch ausgearbeitet haben möchtest, findest du in der Beschreibung den Link zu meiner Weihnachtsaktion, um nur 25 Euro pro Analyse. Ich freue mich auf nächstes Mal. Alles Gute, dein Oliver Erany aus dem wunderschönen Lenz. Tschüss.